So, es ist nicht nur 0 Grad draußen, es ist auch 1.59 Uhr, mitten in der Nacht, deswegen mal wieder eine Aufnahme, in der ich ein kleines bisschen leiser spreche. Ich werde es eh soweit hochregeln, dass es wieder knackst und knarzt. Hier wollte ich nicht hin, da wollte ich nur kurz mal reinlaufen. Ähm, ich bin in meiner Singleplayer-Bastelspielwelt im Creative-Modus. Das hier habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das tut inzwischen nichts mehr, weil es da unten einfach nicht mehr runter geht. Ähm, das war einfach nur so ein bisschen Rumgespiele, äh, ein bisschen Cobblestone, wie man sehen kann. Ähm, um hier mit den, mit Pipeworks und, äh, mit dem Technik-Mod und so ein bisschen was rumzuprobieren. Ähm, deswegen bin ich aber gar nicht hier. Der Piet hat angefangen, einen Tunnel zu bauen und, äh, da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, das Ganze ein kleines bisschen mal zu übertreiben. Ähm, willkommen in meinem kleinen Tunnel. Ja, ähm, oh, guck mal hier, da fehlt gleich einer. Na ja, gut, egal, nicht gesehen. Ähm, ja, der Tunnel ist ein bisschen größer, als der den Piet gebaut hat und, ähm, er ist, ähm, ja, mächtig. Na, immer so in Abständen gewisse Ringe, dass das so ein bisschen geschützt wird, die gehen auch unten rum. Das passt auch so weit. Hier haben wir so einen kleinen Wartungstunnel angeschlossen. Ähm, gehen wir hier mal ein Schrittchen weiter. Man sieht, hier fällt man zwar runter, aber es ist trotzdem so ein bisschen, bisschen abgeschirmt. Und hier ist es ja unnötig. Äh, hier geht es übrigens auch gar nicht, weil die sitzen außen dran und hier ist von außen schon was davor. Ähm, egal. Geht um die Optik nicht, darum, dass man hier nicht runterfällt. Da passiert ja sowieso nichts. Das Licht, ähm, sorgt dafür, dass es doch relativ hell ist im Tunnel. Man läuft nicht direkt auf den Boden, sondern hier auf so Bodengittern und, ähm, stößt sich auch nicht gleich den Kopf. Und hier an der Seite, wie gesagt, muss man halt ein bisschen aufpassen, aber fällt auch nicht sofort runter. So, Kreuzungen, äh, gehen in dieser Form. Na, sind dann von diesen Ringen hier, die sind dann so direkt aneinander gesetzt. Kreuzungsmäßig hier oben die Schräge wird hier natürlich weitergeführt. Und hier unten, ähm, geht es natürlich nicht, weil, wie gesagt, die sind außen angesetzt. Müsste eigentlich hier und hier aneinander gesetzt werden. Geht natürlich nicht, deswegen ist hier zu. Sorgt dafür, dass man so auf so einer Kreuzung ein kleines bisschen mehr Platz hat, was ja auch ganz sinnvoll ist. Dann gehen wir hier mal kurz einen Schrittchen weiter. Ja, hier ist dann Sackgasse. Das ist, dient nur dazu, dass man hier sehen kann, wie das mit diesen Ringen funktioniert bei so einer richtigen Kreuzung. Dann geht es hier einmal um die Ecke. Auch hier sitzt es wieder an den Ringen aneinander. Ja, hier ist nichts weiter. Kann man natürlich auch irgendwie was reinbauen, dass man hier noch so ein Gegenstück zu den beiden Ringen hat. Habe ich jetzt in dem Fall einfach mal gelassen. Und dann geht es hier weiter. Man kann auch so ein bisschen spielen. Da sitzt einfach ein Player Detektor. Zwei sogar. Einer hier irgendwo. Einer hier unten drunter. Das Ganze mit Misecons so ein bisschen verbunden. Zur Abwechslung mal rote Beleuchtung. Und wenn man dann rausgeht. Das ist so ein bisschen, bisschen laggy. Das liegt an Misecons. Die sind halt leider sehr laggy. Aus irgendwelchen Gründen. Wenn man dann rausgeht, geht es hier weiter. Auch hier endet man in der Sackgasse. Hier ging es mir nur darum, dass man diesen Mittelteil hier einfach einmal zeigt. Oder hier einmal durchlaufen kann. Ja. Dann, wo wir hier mal weitergehen. Das Tunneldesign kann auch Schrägen überbrücken. Finde ich hier an der Seite leider nicht so ganz optimal. Allerdings gibt es keine hier passenden Schrägen. Jedenfalls habe ich auf die Schneider-Azies geboren und habe keine gefunden, da irgendwas zu machen. Nichtsdestotrotz, ich finde es geht. Nichtsdestotrotz kann man so machen. Ich glaube, das ist in Ordnung. So. Nächster Abschnitt ist eine T-Kreuzung. Und dann geht es hier hinten ganz normal weiter. Hier sitzt es dann wieder dran. Geht dann wieder aneinander. Auch hier quasi einfach nur so eine abgeschnitten wieder oben die Kreuzung. Einfach nur abgeschnitten. Und dann hier auf der Seite geht es halt nicht weiter. Hier geht es rein. Hier sitzen die Ringe aneinander. Und da geht es dann weiter. Auch hier ist natürlich eine Sackgasse. Dahinter ist auch wirklich nichts. Da ist dann einfach nur ganz normal der Stein, der dann da weiter geht. So. Und hier ist der Tunnel einfach so ein bisschen zu Ende. Ich dachte mir, hier mache ich mal was anderes rein. So eine kleine Halbkugel gebaut. Das geht halt auch. Das ist mein Tunnel-Tunnel-Design. Wir können ja hier oben spaßeshalber mal hier mal einen weiterbauen. Der ist auch relativ einfach zu bauen. Also ist wie gesagt relativ einfach. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, aber für den Creative Mode ist das glaube ich ganz gut. So. Im Survival ist es halt reichlich sinnlos. Nur für die Funktion hier. Da gibt es auch andere Mods für. Aber gut. Das ist eben selber überlassen. So, wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Und ich wollte mir hier mal ein paar Steinchen holen. Denn wir brauchen ein bisschen, ja, zurechtgesägte Steine. Und zwar brauchen wir diese hier. Hier die Stone-Tile-Slabs. Das sind diese hier. Oder einfach die ganz normalen Slabs. Und das Standardmodell brauchen wir halt auch. Das war es im Grunde genommen. So, wir setzen hier. 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 Und hier. Dann haben wir diesen Teil schon mal fertig. Dann setzen wir. Also, wir müssen natürlich gucken, dass hier außen rum. Ist in der Realität. Wenn man es dann baut, natürlich Erde oder Stein oder je nachdem, was man halt hat. Es wird Nacht. Aber wir drücken hier mal drauf. So. Also, das ist jetzt alles unter der Erde. Einfach mal ein bisschen Vorstellungsvermögen weiten lassen. Dann passt das. So. Dann setzen wir hier. 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 Die Slabs kommen dazwischen und mit einem Schraubendreher drehen wir uns die ganzen Sachen einfach einmal zurecht. Hier. Hier. Vergessen. Vergessen. Und schon haben wir den Ring fertig. Seht ihr das ganz einfach schnell mal den Ring gezogen. Und wieder Ordnung her war das ganze wieder weg. Jetzt kann man da noch gucken, dass wir an. So mache ich eigentlich Caps Lock immer an. Das ist dann hier noch von diesen Bodengittern entsprechend ein bisschen was, na, ein bisschen was setzt. Und dann diese hier zum Beispiel nehmen. Die gehören hier jeweils drauf. Das ist ein komplett fertiger Ring, der, ja, als, äh, ja, Trenner oder eben, wie unten gesehen, dient. Hier zum Eingangsbereich zum Beispiel. Hier sitzt der. Hier noch eben vervollständigen. So. Na. So. Der Kram hier hinter. Man sieht es, es ist auch relativ einfach. Halt das jetzt mal so. Dann brauche ich mir das nicht zu holen. Zack. Dann passt es dann wieder. Da muss man sich jetzt auch wieder vorstellen, hier hinten. Na, wir gehen mal in die andere Richtung. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist immer ein Ring und zehn. Ja, zehn weitere Blöcke, beziehungsweise Notes in die jeweilige Richtung. Ja, wenn man die dann einfach einmal dreht. Die gibt es leider eben nicht als ganze Blöcke, sondern nur als Slabs. Dann muss man sich da halt so mit behelfen. Dann machen wir hier auf der anderen Seite genauso. Jetzt hätte ich das eigentlich alles ein, höher bauen können, ne? Auch hier gehen wir zehn in die Richtung. Das sind zehn jetzt. Und einmal dann. Einmal so. Einmal so. Da muss man leider mal so ein bisschen erstmal das Teil in alle Richtungen drehen. Irgendwann richten sie dann richtig rum auf. Warum auch immer das so von den Seiten her so ein bisschen komisch funktioniert. Das ist auch egal. So, jetzt kommt auf dem Dach noch ein entsprechender Lichtstreifen. Da hört man die Maus wahrscheinlich wieder laut klicken. Bin übrigens ein bisschen müde. Er ist noch ein bisschen Fallout gespielt vorhin. Und dann dachte ich mir, na komm, was soll's. Mach mal schnell eine kurze Folge. Und, äh, ja. Dann mach ich mal schnell eine kurze Folge. Ist doch auch mal ganz schön, oder? So. Unten müssen wir das Ganze auch noch machen. So. Hier. Und. Zu. Na ja, wie gesagt, also Fallout gespielt. Und, äh. Dann auf YouTube gesehen. Hey, der Pete hat ein neues Video rausgebracht. Und baut einen Tunnel. Beziehungsweise in mehreren Videos. Da ich ja so ein alter Tunnelbauer bin. Hm. Hab ich's mir natürlich nicht nehmen lassen jetzt. Dann auch mal so ein bisschen zu probieren. Hab dann Fallout erstmal beiseite liegen lassen. Und, äh. Ja, hab erstmal angefangen, mir ein Tunnel-Design auszudenken. Was, wie ich finde, mir auch relativ gut gelungen ist. Ach, verdammt. Das hätte echt alles anhöher gemusst. Na, egal. So. Also. Hm. Wir brauchen noch die normalen Steine. Die müssen wir uns auch nämlich einmal zurechtschneiden. Nein. Ich glaub, die Tasten sind zu klein. Und Enter gedrückt. So, so. Zack, 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 zack. Können wir die hier mal wieder rausnehmen. Beziehungsweise. Grade Panel brauchen wir gleich auch noch. Na. Und dann brauchen wir diese für die Schrägen. So, die Schrägen kommen hier hin. Na, wie gesagt, also. Muss ich mir vorstellen, das ist alles irgendwie unter der Erde und muss ausgegraben werden, manuell. Dann kommt hier ein bisschen Erde drauf. Komm, machen wir gleich parallel hier auch noch mal Erde drauf. So. Und dann geht auch zum Glück zum Großteil wirklich alles ohne Schraubendreher, weil die sich ziemlich logisch in die richtige Position drehen. Die einzelnen Schrägen hier zumindest. Beim Gleis ist ja so eine Sache bei den seitlichen Begrenzungen der Bodenplatten gleich auch noch mal so ein bisschen Fummelkram. Aber das geht schon. So. Hier nochmal. So. Das ist jetzt von... Ah, so geht's auch. Das ist jetzt die Außenwand quasi. Weil die Natur gegeben ja auch so schon im Regelfall existiert, wenn man unter der Erde ist und an Tunneln rumschraubt, rumgräbt, im Untergrund ist, um das Wortspiel mal aufzunehmen, was in dem Let's Play doch ein-, zweimal gefallen ist. Zack, 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 zack. Hier oben machen wir das Ganze auch noch mal. Das einzige Teure tatsächlich an dem Tunnel-Design sind die Glas-, äh, die Leuchtglas-Lampen und, äh, na, hier war richtig. Und hier unten die, die Bodenplatten, das ist, kostet halt so ein kleines bisschen, da kommen wir da gleich auch nochmal gucken, was das im Einzelnen kostet. Und dann haben wir nämlich den Teil schon mal fertig, so. Jetzt zum Setzen der Bodenplatten. Ah, man kann die entweder direkt auf den Boden setzen, muss die dann, ähm, unzählige Male mit dem Schraubendreher bearbeiten. Ich hab's mir ganz einfach gemacht, äh, da ich eh im Kreativ-Modus bin. So. Und dann wieder abbauen. Zack. Hier genauso. Setzen. Und abbauen. Na. Alternative. Geht auch. Schraubendreher wäre halt ein bisschen aufwendiger. Aber geht auch. Vor allen Dingen sitzt dann halt aber falschrum. Äh, und muss sie natürlich hier in der Kante anbringen. Schraubendreher. So. Und dann sitzt sie. Dauert natürlich ein bisschen länger als so, finde ich. Geht halt einfacher. Aber wenn man dann eh im Kreativ-Modus ist, dann geht's ja sowieso am einfachsten. So. Das, äh, war's im Grunde genommen. Neun-Tunnel, Tunnel-Abschnitt-Tunnel-Segment fängt hier an mit dem Ring. Man läuft. Hier würde dann der nächste Ring ansetzen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Von außen sieht man's ja im Regelfall nicht. Das ist da ja im Regelfall völlig zu. Hups. Man sieht halt nur das, äh, ja, das Innere hier. So. Jetzt gucken wir noch mal schnell, was der Kram jeweils kostet. Hm. Caps Lock ist schon wieder an. Also, irgendwo ist doch da der Wurm drin. Gut, Craft Guide. Legen wir mal hier auf den Boden. So, also. Great. Zwei mal Eisen, zwei mal Glas. Es ist nicht super teuer, ne? Also, es geht. Es ist nicht so extrem, aber es ist halt trotzdem, angesichts der anderen verwendeten Materialien, das teuerste, was es da gibt. So. Abgesehen von dem, von dem, von dem Glas, äh, Leuchtglas, Glow, von den Leuchtglas-Lämpchen. Diese hier. Na, da braucht man Power-Crystal für. Wenn man dann hier mal guckt. Da, 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 da. Diamant ist halt, äh, sechs gibt's davon. Äh, 20 braucht man je Tunnel-Segment. Kann man sich ja ausrechnen. Das ist dann mit das teuerste, ähm, äh, in dem Tunnel-Design. Dafür sieht's aber auch gut aus. Na, wir gehen noch mal runter. Da können wir noch mal kurz reingehen. Dafür macht's gut was her, ne? Äh, hier ist übrigens einfach nur blaue Leuchtsteine mit, äh, Mesefackeln hinter. So. Der Eingang ist ein bisschen schmaler, der sieht so ein bisschen gepresst aus. Ähm, der müsste eigentlich tatsächlich, ein breiter wäre dann hier aber nicht, äh, mittig. Von daher habe ich mich dazu entschieden, den so zu lassen. Man kann ihn eventuell oben noch zumachen, dann sieht das so ein bisschen abgeflachter aus. Ähm, aber so ist auch noch so ein bisschen oval, es geht schon. Und, äh, die sind halt schön rund. Und, äh, ja, die einzelnen Segmente kann man noch belieben aneinander stecken. Dann laufe ich mal runter, hier zur Halbkugel. Und dann sage ich, Moment, ich richte mich mal mittig aus, dann mache ich das nämlich mal als, äh, Thumbnail. Äh, F12. Zack, siehste. So, also, dann sage ich, ähm, für dies, äh, naja, doch jetzt tatsächlich schon 22 Minuten langes Video. Ich wollte sagen, eher kürzere Video, aber das stimmt ja nicht. Dafür ist es ein bisschen ruhiger, habe ich ja schon mal gemacht. Und, äh, genauso wie damals fühle ich mich auch jetzt, ähm, bisschen übermüdet. Und ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Nachbarn. Ist jetzt gleich halb drei. Jetzt sind wir noch null Grad draußen. Und, ähm, ich bin noch mal überlegen, ob ich ein bisschen weiter, äh, Fallout spiele. Oder vielleicht nochmal, äh, eine Runde durch Las Santos drehe in DDI Online. Muss ich mal gucken. Ähm, vermutlich werde ich jetzt erstmal dieses Video zu Ende bearbeiten. Und, äh, ihr werdet es dann irgendwann sehen. Wenn ihr es jetzt seht, ist es hochgeladen. Also, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns, äh, nächste Woche hoffentlich wieder mit einer regulären Folge. Und, äh, dann wohl auch wieder auf dem Server, ne? Also, haut rein, lasst's krachen. Bis zur nächsten Woche. Tschöö!